Es ist natürlich so, dass immer wieder mal Verletzungen passieren können und in dem Sinne hat es ihn jetzt auch getroffen, dass er jetzt zumindest in diesem ersten Spiel nicht dabei sein kann. Wir haben ein grosses Kader und für uns ist es wichtig, dass wir natürlich auch diesen Spielern Vertrauen geben, die dann mit dabei sind. Wir haben ein hundertprozentiges Vertrauen in die Spieler, die jetzt hier im Kader sind und schlussendlich wird man dann morgen sehen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Es war so, dass Schnau jetzt 17 Tage nicht mit der Mannschaft trainiert hat, dass er eigentlich nur eine Trainingseinheit mit uns mitgemacht hat. Und da ist für mich halt einfach das Risiko zu gross. Wir wissen nicht, wie er reagiert, wenn der Gegner Druck macht, wenn ein gegnerischer Spieler dazukommt. Er hat zwar Torwarttraining absolviert, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du mit der Mannschaft mit dabei bist. Und da war mir das Risiko zu gross, weil Torhüter haben wir nur zwei auf der Bank. Wenn einer frühzeitig ausfällt, dann muss der andere rein. Und wenn da auch nochmal was passiert, dann muss ein Spieler ins Tor. Und da brauchen wir, oder ich brauche da einfach die absolute Sicherheit, dass das verhält. Und das war aktuell noch nicht der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.